Der Helikopter kommt frühestens in einer halben Stunde, Captain Price. Nicht gut, dann sind wir schon 10 Minuten tot. Jeder Ultranationalisten-Psycho in Zakajews Tasche wird hier auftauchen, um Al-Assad zu holen. Oder das, was von ihm übrig ist. Genau, wir platzieren Sprengsätze entlang der Alpha-Linie am südlichen Hügel. Und weitere entlang der Bravo-Linie. Wir stoppen sie auf dem Weg nach oben und halten die Stellung am Evakuierungspunkt in den Feldern rund um die Farben. Noch Fragen? Legen wir los. Ich bin sicher, Sie treffen unter diesen Umständen die richtige Entscheidung. Lassen Sie die Waffen fallen und ergeben Sie sich. Ignorieren Sie diese Dachstrecke. Ihr Gegenangriff steht unmittelbar bevor. Ausschwärmen und in südlichen Bereichen. Sie kommen jetzt langsam den Dachstrecke. Sie sind unstillt und es gibt keinen Ausweg. Machen Sie es sich leicht und geben Sie auf. Yes. Bravo. Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin exact. Schau! Die Böse schau! Wir sind in die Nähe! Schau! Schau! Raus hier! Ich bin jetzt hier! Ich bin jetzt hier! Sie vernehmen die Sicht! Was ist das, Andrea? Nicht die Bewegung auf der Kaffee. Sie kann es nach rechts gehen. Wir haben unsere Position, das andere ist wie hier. So ist es nicht! Okay, so! Die Milikarne, die westliche Flanke sind klar! Zwei, alle zurück! Zwei, die Bewegung! Ziel erreicht! Zwei, zu entfernen, öffentliche Gebäude! Die höchste Flanke ist gesperrt! Zwei, die Flanke! Die Flanke! Die Flanke! Ziel eliminiert! Schlag sie hoch! Die Flanke! Du denkst, ich bin 11F! Die Arme sind komplett! Los! 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 Geh! 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 Ge Was ist der Scheiß, der Scheiß ist denn gekocht? Wir gehen jetzt dran und hier ist ein Rettung. Schreckt am Ärger. So, rüber zu der Scheune am nördlichen Ende des Dorfes und die Pfad verschossen. Da ist der mit Chavelin in der Scheune. So, die Chavelin ist in der Scheune. So, sieh! So! 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 Lass uns mit dem Start. Eine Minute für die Preserve. Eine Minute für die Preserve. Okay, los geht's! Okay, there's another on board! Lose, Lose! Okay, Vistotia. Please play the secret of the Fletcher. Now, the deal will get over the ender.